Hallo allen, lang kam kein Lego Ninjago Video von mir und nun kommt nach 2-3 Wochen endlich ein Ninjago Video. Die neue Short Episode war echt, echt, echt klasse. Viel besser als die ganzen Episoden, die wir ab der Staffel 10 gesehen haben. Diese Episode gab mir einfach ein altes Lego Ninjago Feeling und ich bin froh, dass sie rausgekommen ist, auch wenn ich nicht erwarte, dass die nächsten Episoden genauso gut werden. Nun, macht's euch gemütlich und ich fange mal mit dem Review-Schrägstrich mit der Analyse an. Am Anfang der Short Episode sieht man einen einsamen Samurai, der durch verlassene Dörfer, die zerstört wurden und durch Felder geht. Ganz am Anfang, wo er gerade lang schwimmt, sieht man viele kaputte, verlassene Schiffe. Weiter als der Samurai durch ein Feld geht, sieht man einfach die kaputte, verhängnisvolle Dämmerung. Ich muss mich jetzt mit den Theorien zurückhalten, da ich lieber ein anderes Video mache mit den Theorien, da dieses Video wahrscheinlich zu lang wird und ich mehr Freiraum für echt große und gute Theorien brauche, wie ihr wahrscheinlich wisst. Deswegen wird mein übernächstes Video sehr wahrscheinlich sein, vielleicht kommt man eigentlich wahrscheinlich vor, da sehr wahrscheinlich nächste Woche die Staffel 14 Setbilder schon erscheinen. Die werde ich euch auch natürlich zeigen. Also das übernächste Video wird wahrscheinlich die Theorie zu den ganzen Geschehnissen, die hier vorkommen werden, sein. Denn warum ich überhaupt Theorien dazu machen will, werdet ihr noch weiter erfahren, denn es ist ein bisschen verwirrend, was uns dort gezeigt wird. Weiter sieht man wahrscheinlich den Mega-Monster-Vergnügungspark. Wenn ich es an den großen Bahnen zuordnen kann. Dort mitten in den zerstörten Bahnen, sieht man Gamadons Statue, die viele Risse hat. Nun ist die Frage, warum alles eigentlich kaputt ist, wie Gamadons Statue dort gelandet ist und so weiter. Doch dazu, wie gesagt, kommt noch ein Theorien-Video. Nun geht der Samurai am letzten Dorf vorbei, wo man sehr wahrscheinlich den kaputten Ninja-Kloster links sehen kann. Warum ich davon ausgehe? Wenn man den inneren Monolog des Samurais, den ich auch gleich analysieren werde, ansieht, passt sich der Hintergrund zu seiner Erzählung an. Gerade wo der Samurai hier entlang geht, redet er über alte Tempel. Und links sieht man Bruchteile und eine riesen Kloster-Tür, die den meisten bestimmt bekannt vorkommt. Jetzt gehe ich die Zeit zurück und beziehe mich auf den inneren Monolog des Samurais. Durch den inneren Monolog des Samurais erfährt man, dass was Heftiges passiert ist. Und es eine weite Zeit her ist, dass die Ninja die beschützt haben, die sich selbst nicht beschützen können. Übersetztes Zitat Als die Zeit einen Namen hatte, beschützten die Ninja die, die sich nicht beschützen können. Zitat Ende. Doch nun sind die Ninja die, die gerettet werden müssen. Und dies will der Samurai mit einem Eid tun. Danach macht der Samurai bei einer Hütte eine Mini-Pause und redet weiter davon, dass die Ninja fehlen und ihn es schmerzt, so einen Ninjago zu sehen. Der Samurai geht weiter und kommt an seiner Endstation an. Ein kaputtes Dorf, wo man Kämpfer sehen kann, unter der Führung von Klaus. Was Klaus zurück ist, hat mich auch nochmal zusätzlich verwundert. Doch alle sind wie Statuen, warum auch immer. Theorie wollte. Parallel erzählt er, zitiere, Der Tag, an dem die Auserwählten zurückkommen, wird alles wieder hergestellt. Und das wahre Potenzial dieser Welt wird wieder erzielt. Der Samurai will den Holzturm hochklettern mit einem Endhagen. Doch ihm begegnet der Wächter des Turms, der Drache. Es fängt ein sehr cooler Kampf an, der damit endet, dass der Samurai eine bestimmte Kraft einsetzt. Und der Drache in schwarzen Nebel zersetzt wird. Mitten im Kampf und nach dem Kampf sieht man, dass der Drache die schlafenden Ninjago, die im Gold umwickelt sind, bewacht. Nachdem der Drache besiegt wurde, lautet der innere Monolog so, zitiere, Ein anderer Angreifer wurde besiegt. Aber der Feind kehrt immer wieder zurück und sendet mehr auf mich. Ich kann nicht nachgeben. Ich muss meine Meister beschützen. Ich hoffe nur, dass sie bald aufwachen. Aber bis zu diesem Tag muss ich stark bleiben, sie unermüdlich verteidigen. Und hoffen, dass die Zeit der Ninja bald nahe ist und die Welt neu erwacht und die Zeit einen Namen kommt. Ganz am Ende bricht ein Stück Gold an einem Ninja. Was erwähnenswert noch ist, dass der Samurai, den wir Ganze gesehen haben, ein Lehrling der Ninja ist. Denn er nannte die Meister. Ich schätze, das was wir gesehen haben, basiert irgendwann nach der Staffel 20 oder 30. Diese Short-Episode war einfach episch und ich will mehr von Subas sehen. Wie fandet ihr dieses Video und oder diese Short-Episode? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese alle Kommentare immer. Das war es auch schon für heute. Ich wünsche euch viel Lego und ich sag mal wie immer. Tschüss. Ich wünsche euch viel Lego und ich sag mal wie immer.